Ein Ford Focus steht hier zum Verkauf. Die schwarze Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, Sportsitze und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 150 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.